Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro 2033 Relax mit mir in den Dornblick. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Folge gab es einen kleinen Angriff hier auf unsere Basis. Mir geht's gut, danke. Hallo. Danke. Ja, und wir haben die Basis verteidigt. Und jetzt sind wir auf dem Weg hier zum Bahnsteig. Und dann bringen wir eine Ladung nach Riga. Ja, hallo. Na logisch. Bist du bereit? Dann los. Hab ich, hab ich. You can lose. Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Händel bedienen. Geht klar. Dann los. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja. Nee, nicht wirklich. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verliess. Es machte mir Hunger, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt habe. Ich würde von euch gar nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter hat mir auch mich angewiesen. Aha. Also wir werden auf jeden Fall Hunter unterstützen. Oder beziehungsweise Hunter helfen. Stimmt, wir müssen ja zu Miller. Ja. So. Danke. Also die Weiche. Hier sieht man nicht gesund aus, hier. Ja. Was ist los? Eine Militärkaravane ist bei der Alexejewskaya stecken geblieben. Ein Tunnel einstürz oder so eine Scheiße. Oh shit. Wir müssen den Dienstunnel nehmen, der an der Alexejewskaya vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin den letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Okay. Gute Fahrt. Danke. Deine Waffe ist nicht nachgeladen. Mal sehen, warum. Verdammt tut mein Kopfweh. Jetzt. Was ist mit dem los? Boris, Boris, Boris! Hey, was? Was geschieht mit mir? Oh. Was? Mein Gott! Artyom! Was ist das? Artyom! Hierher! 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 Jetzt sind wir ganz alleine hier wach, oder was? Nee, das stimmt, jetzt kannst du mal ein bisschen Gas geben, ich hab keine Muni! Danke, endlich mal, womit ich was anfangen kann, oh fuck, oh, den wollte ich jetzt eigentlich aber nicht verlieren, wenn ich ehrlich bin, lass mal ein bisschen mehr Gas geben, bitte? Oh shit, super, ja, ich geb mir Mühe, die One-Clicks, die sitzen gerade, immer ein bisschen Gas Gas hier, äh, den Namen schon wieder vergessen, Gas geben, Gas geben, Gas geben! Gar nicht cool, oh shit! Jetzt schnell hinterher da, komm Artyom, nicht auf mich schießen, Jungs! Er lebt, komm hierher, schnell! Lass da mal aufzuschießen! Nicht den Flammenwerfer benutzen, bitte! Gib ihm eine Chance! Rett! Lässt uns eben den Marsch blasen! Das war heiß, ich brauche etwas zu trinken! Die Ritterstation war der erste Halt auf meiner Reise, aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, fanden wir auf unser Überleben. Der Volker ertränkte meine Furcht allein zur Polis zu reisen allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, schließlich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Aha. Dann werden wir doch mal gucken, wer der Partner ist. Alles klar, Jungs! Trinken wir auf unseren Freund Artyom, der Monster und Anomalien gleich ihre Massen bekämpft. Auf, Artyom! Auf dich! Danke! Oh! Oh! Wir sind aber auch Saufköpfe hier, ne? Ach! Ach! Bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, auf dieser Pilz wohl geil! Pff! Pff! Okay, das müssen wir mal untersuchen! Auf unser Glück! Und auf Artyom! Auf deine Gesundheit! Oh, jawoll! Und nochmal! Hopp, hopp! Rinn im Kopf! Eieieiei! Okay! Oh, die Extramund, die hätte ich gerne! Dankeschön! Oh! Oh! Danke, Junge! Wegen dir kann ich jetzt eine Menge Drinks verkaufen! Haha! Bitte, bitte! Oh! Oh! Ah! Ach! Oh! 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 Ah, da, guck mal. Ja. Alles klar. So. Darf ich hier rein? Hm, okay. Dann nicht. Ah, hallo, kleiner Junge. Ja. Ja, komm. Alles klar. Komm, der kleine Junge muss ja auch ein bisschen was verdienen. Ich hoffe, der führt mich da jetzt wirklich hin. Nicht, dass er mich verarscht. Ich bin immer noch bei dir. Keine Panik. Laufen wir mal ein bisschen schneller hin. Was befindet sich denn hier? Ich möchte nur mal alles durchchecken. Oh. Jawohl, einen Moment bitte. Oh. Wo sind Sie? Ich bin hier hinten. Mann. Oh, Extramon. Hey, gehen Sie? Ja, einen Moment. Ich möchte nur wissen, was hier ist. War das interessant? Wo sind Sie? Ah, nee, hier kommt es wahrscheinlich. Stimmt. Ah, guck mal. Ich komme. Ich möchte nur im Verstecken spielen mit dir. So. Da bin ich doch. Ich möchte doch auch hier ein bisschen mal die Stationen durchsuchen. Da hinten sitzt er. Komm her. Du bist der Artyom, richtig. Setz dich. Setzen wir uns mal. Man nennt mich Wirben. Hör zu. Ich muss zur trockenen Stationen, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man ja Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen. Und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Okay. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Dankeschön. Bist du bereit? Äh, ja. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Das war aber eine kleine Vorauszahlung. Hallo, gute Dame. Was kochen sie denn da gerade schönes? Das sieht aber lecker aus. Darf ich vorher mir nochmal die Station angucken? Ich war ja hier noch nicht längst nicht fertig. Da zum Beispiel. Da würde ich auch nochmal vorbeigucken. Ich bin großzügig. Das steht fest. Hallo. Hier ist es aber dunkel. Hey, der Witzker. Hier haben sie auch Ferkel. Wunderbar. Das sieht doch hier in einer Station aus. Ne, von hier oben komme ich ja. Sorry. Guck mal. Oh shit. Nichts drin. Schade. Hallo. Aber hier. Da war gerade das Buch. Was kriege ich hier für? Was muss ich machen? Ich komme gleich. Was muss ich machen? Achso. Oh, das. Oh, verdammt, jetzt wird es eng. Jetzt wird es interessant. Getroffen. Alter. So. Dankeschön. Und jetzt noch mal eine. Ui. Extra-Mund. Geil. Oh ne, jetzt hab ich noch mal was gestartet. Nachladen. Ich kann meinen Extra-Mund verdienen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ah, perfekt. Eins. Zwei. Drei. So, kleine Ratte. Jetzt geht's hier aber runter. Huh. Hey, hey, hey. Der hab ich mal nicht getroffen. Dankeschön. So, jetzt reicht's hier aber auch, oder? Das ist jetzt die letzte Runde hier. Hast du das gesehen? Das ist ja der Wahnsinn. Mal kurz schnell durchlaufen. Mal kurz schnell durchlaufen machen. So, reicht denn jetzt auch? So. Gut. Dann haben wir uns das jetzt hier einmal kurz angeguckt. Hier müssen wir, glaube ich, nichts angucken. Hier kennen wir das ja schon. Ja. Dann wollen wir mal mitlaufen. Warte. War doch da hinten irgendwo. Aber immerhin, wir haben Extra-Mund verdient. Das ist doch schon mal ein gutes Omen. So, ich bin da. Wir können weiter. Oh, hier nochmal Extra-Mund. Ei, ei, ei. Wir haben auch gerade eine Glückssträhne mit der Moon. Ach, hier. Ah, hier nochmal. Geil. Also sonst alles gut bei dir, ne? Anscheinend. Gut. Dann bin ich mal gespannt, wohin die Reise jetzt hier geht. Als ich mit Burden den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkenne.